Willkommen bei BILDNER TV. Wollt ihr in einem Diagramm die zeitliche Abfolge von mehreren Aufgaben darstellen? Ja, sowas wird häufig im Projektmanagement verwendet und dazu verwendet man eben normalerweise ein Gantt-Diagramm, so wie es professionelle Programme wie Microsoft Project auch verwenden. Aber geht sowas auch mit Microsoft Excel? Ja, natürlich. Vielleicht etwas abgespeckter, aber es geht und ich zeige euch wie. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid hier bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und immer wieder bekommen wir auf unserem Kanal oder auch im Websees immer wieder die Anfragen, kann ich ein Gantt-Diagramm auch mit Microsoft Excel realisieren? Da ist erstmal die Frage, was ist ein Gantt-Diagramm? Ich zeige es euch hier gleich mal in Excel, was die Frage schon mal beantwortet. Ja, ich kann es realisieren. Und zwar, das wird meistens in der Projektplanung verwendet. Und zwar ist es für die zeitliche Abfolge von Aufgaben. Also ihr seht, ich habe hier verschiedene Aufgaben und die werden mir hier in einer Zeitachse dargestellt. Und so sehe ich schön den zeitlichen Ablauf, wann etwas stattfindet. Und wenn sich dann natürlich ein Projekt zum Beispiel oder eine Aufgabe hier verschiebt, dann verschieben sich vielleicht auch die nachfolgenden. Und das wird eben in diesem Diagramm-Typ dargestellt. Und gleich vorweg, das ist kein typisches Excel-Diagramm, sondern das müssen wir uns schon manuell selber mit Hilfe von Tabellen basteln. Also es hat nichts mit Diagrammen in Excel zu tun, aber dieser Typ, den nennt man eben Gantt-Diagramm. Und ich zeige euch heute eben die Möglichkeit, wie ihr sowas, so wie ihr hier seht, auch in Excel selbst einfach realisieren könnt. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn ihr das für Projektmanagement verwenden wollt, dann empfehle ich euch sehr, sehr stark, auch dafür geeignete Programme zu verwenden. Denn die bieten euch noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und vor allem müsst ihr da nicht so viel von Anfang an selbst erstellen, sondern ihr könnt das gleich fertig nutzen. Ein Beispiel wäre Microsoft Project, aber auch im Web finden sich zahlreiche Apps, darunter auch einige kostenlose, die ihr euch anschauen könnt. Ja, aber wir sind hier bei Excel und wir basteln uns das jetzt natürlich mit Excel. Damit wir uns das Ganze basteln können, brauchen wir viele verschiedene Funktionen, Formeln und auch Formatierungsmöglichkeiten. Daher empfehle ich euch, wenn ihr dazu alles nachlesen wollt, werft einen Blick in unser Buch Excel 2021 Stufe 2 Aufbauwissen. Alte Hasen wissen, ihr könnt das Buch gewinnen. Einfach einen Kommentar schreiben und wenn ihr kein Glück habt und das Buch gewinnt, dann geht einfach auf www.bildnerverlag.de und ihr könnt es euch dort jederzeit kaufen. Ja und jetzt gehen wir rein und schauen uns das im Excel an. Wir erstellen uns eine neue leere Arbeitsmappe und ich habe hier schon mal ein paar Daten eingefügt. Und zwar in der ersten Spalte haben wir die Aufgaben festgelegt. Da habe ich Phase 1, 2, 3. Die bauen aufeinander auf. Also nach Phase 1 kommt Phase 2, dann kommt Phase 3. Parallel dazu, also unabhängig von Phase 1, 2, 3, passiert noch was anderes. Dann gebe ich hier das Startdatum an und ich kann angeben, wie lange es dauert und das Ende berechnen. Oder ich gebe das Ende an und lasse die Dauer berechnen. Das habt ihr alles schon mal bei mir in den Videos kennengelernt. Zum Beispiel sage ich, das dauert jetzt hier drei Tage. Dann kann ich das Ende berechnen. Ist gleich Start plus die drei Tage. Ist das Enddatum berechnet. Und das mache ich jetzt hier bei Phase 2 genauso. Ich sage, das beginnt quasi nach dem Ende, aber nicht am selben Tag, sondern eben einen Tag später. Deswegen plus eins. Und da haben wir eine Dauer von sechs Tagen. Ist gleich das. Plus diese Dauer. Enter. Und da gehen wir eben so weiter. Ist gleich nach dem Enddatum. Und da muss zum Beispiel etwas trocknen. Da muss ein bisschen Zeit dazwischen liegen. Dann sage ich, ist das plus drei Tage später. Danach beginnt das. Also nicht direkt am 12., sondern erst am 14. So. Das Ganze dauert dann vier Tage. Ist gleich das. Plus die vier. Und jetzt habe ich hier noch eine parallele Aufgabe. Da sage ich, unabhängig davon, die beginnt am 10.03.23. Und ich habe auch einen fixen Endtermin. Also gebe ich gar keine Dauer an. Sondern die endet dann fix am 13.03. Das könnt ihr also ganz nach euren Belieben eingeben. So. Und jetzt brauchen wir auf der rechten Seite eben mein Gantt-Diagramm. Dieses Balken-Diagramm. Dazu erstelle ich oben in der Überschrift mein Datum. Und zwar nehme ich einfach den 1.03.23. Und das Ganze nehme ich und ziehe das jetzt hier nach rechts. Und ihr könnt schön am Mauszeiger unten erkennen, wie weit ich schon bin. So. Jetzt bin ich bis zum 31.03. Jetzt habe ich hier meinen Monat. Und ich habe auch gleich alles markiert. Und zwar gehe ich her, gehe auf Zahl formatieren, benutzerdefiniert und gebe bei Typ einfach nur TT ein. Ich lösche raus, was da drin steht. Nur TT reinschreiben mit OK bestätigen. Jetzt steht zwar hier oben, seht ihr immer das aktuelle Datum drin. Aber es steht nur noch die Zahl 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 drinnen. Und das Ganze ist mir zu breit. Das heißt, ich gehe her bei Start, Format, lasse ich das Ganze automatisch anpassen, dass es schneller ist. So. Und ich finde das Ganze schöner, wenn es ein bisschen höher ist. Das heißt, meine ganzen Aufgaben hier, ich nehme jetzt hier noch ein paar mehr dazu, lasse ich in der Format in der Zellenhöhe, die gebe ich ein. Die ist jetzt 14.4. Dann nehme ich einfach mal 25. Dass das Ganze ein bisschen höher dargestellt wird. So. Und jetzt haben wir unsere Daten. Und jetzt müssen wir hier nur noch das Farbig markieren lassen. Was muss ich dazu machen? Einfach eine bedingte Formatierung. Und zwar, wenn ich jetzt hier das formatieren lassen will, dann überprüfe ich dieses Datum hier oben. Das muss größer oder gleich meinem Startdatum sein. Und es muss zeitgleich kleiner oder gleich dem Enddatum sein. Und das geben wir als Formel ein. Das heißt, ich markiere den ganzen Bereich. Also jetzt hier mal bis zum 31. Tag. Und ich gehe auch noch gleich ein bisschen runter. Also nehmt so viele Zeilen nach unten, wie ihr an Aufgaben habt. Und lieber noch ein paar mehr. Und dann gehen wir auf die bedingte Formatierung. Neue Regel. Eine Formel. Und dann geben wir hier unten die Formel ein. Ich habe die jetzt schon mal geschrieben. Und füge sie mal mit STRG-V ein. Und ich zoome näher ran. Dann könnt ihr es nämlich besser sehen. Wie lautet die Formel? Ich brauche zwei Bedingungen, die beide erfüllt sein müssen. Also muss ich ist gleich und für mehrere Bedingungen. Was ist meine erste? F3. Das ist mein Datum oben. Der erste des Monats. Hier links oben im Eck. Der soll größer gleich sein. Dem Startdatum habe ich hier angegeben. Und dann nochmal. Das Datum oben in meiner Zeitleiste muss kleiner gleich dem Enddatum sein. Achtet auf die richtige Setzung des Dollarzeichens. Dass entsprechend die richtigen Spalten und oder die richtigen Zeilen sich nicht verändern dürfen. Also hier habt ihr die Formel. Und jetzt lasse ich das Ganze noch formatieren. Ich mache das mal in einem hellen Blau. Okay. Wenn ich jetzt mit Okay bestätige, dann seht ihr, habe ich hier jetzt bereits meine farbigen Balken drin. Lasst uns das Ganze mal überprüfen, ob das auch sich entsprechend anpasst, wenn ich hier was verändere. Jetzt habe ich meine Phase 2. Davon ist meine Phase 3 abhängig. Die habe ich hier berechnet. Und wenn das Ganze jetzt nicht sechs Tage dauert, sondern jetzt auf einmal zehn Tage und mit Enter bestätige, dann seht ihr, zack, der Balken hat sich entsprechend verlängert. Und meine Phase 3 hat sich auch entsprechend angepasst und nach hinten verschoben. Was sich nicht verschoben hat, denn das war ja unabhängig davon, war die parallele Aufgabe. Wenn ich zum Beispiel sage, die beginnt jetzt früher, die beginnt jetzt zum Beispiel schon am 3.3. und endet am 7. Auch da seht ihr, wird die Einstellungen gleich vorgenommen. Ja, das wäre im Grunde schon das, woran ich mir jetzt mein Gantt-Diagramm gebastelt habe. Ich denke, das ist schon brauchbar. Können wir verwenden. Allerdings, man kann natürlich noch ein paar Feinheiten machen, aber die zeige ich euch im nächsten Video. Ja, und eine Einschränkung muss ich natürlich auch noch sagen. Wir haben jetzt hier in Tagen gerechnet. Was wir jetzt nicht berücksichtigt haben, sind Wochenenden. Das kann man natürlich auch berücksichtigen, aber dann brauche ich viel, viel mehr Rechenarbeit. Dann muss ich mir natürlich bei Rechenen wahnsinnigen Wochenenden das anzeigen lassen. Das wird deutlich komplizierter. Wenn ihr das braucht, da empfehle ich euch lieber, ein vorhandenes Programm für Gantt-Diagramme zu verwenden. Oder ihr könnt auch mal schauen, ob es in Excel nicht entsprechend Vorlagen gibt. Denn wenn ihr, egal welche Excel-Version ihr benutzt, könnt ihr beim Neuen erstellen, das mache ich jetzt noch kurz, Datei, Neu. Wir machen eine neue Arbeitsmappe, aber ich klicke nicht auf Leer, sondern ihr geht hier nach Online-Vorlagen suchen. Oder wenn ihr noch eine ganz alte Version habt, einfach nach der Vorlage, die ihr auf eurem Rechner habt, geht hier auf Vorlagen suchen und gebt einfach mal Gantt ein, G-A-N-T-T und dann suchen. Ja, und ich habe hier die Version Microsoft 365, da die Excel-Version davon. Und da finde ich online hier mehrere Vorlagen für einen Gantt-Projektplan. Und die könnt ihr euch mal anschauen, indem ihr einfach mal eins dann anklickt und jetzt hier einfach erstellen. Das lädt ihr aus dem Internet herunter. Und jetzt habt ihr hier schon mal Informationen zu einem Gantt-Diagramm, lest euch das Ganze durch und dann habt ihr hier unten schon, seht ihr hier verschiedene Vorlagen. Das heißt, da sind schon Aufgaben vorgegeben, da könnt ihr was reinschreiben und das könnt ihr dann nach euren Bedingungen anpassen. Aber ich empfehle euch, bastelt trotzdem zuerst mal so ein Gantt-Diagramm, wie ich es euch gezeigt habe, denn da lernt ihr die Grundlagen, die ihr für die Kenntnis von diesen Programmen braucht, eigentlich gut kennen. Habt ihr noch Fragen? Ab damit in die Kommentare. Und ich zeige euch im nächsten Video, wie wir dieses eigens erstellte Gantt-Diagramm noch ein bisschen schöner anpassen können. Also bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.